jetzt gehen wir mal auf die nächste frage da unten ein wie ist dein unfall passiert wie ihr wisst ich hatte vor zwei wochen einen autounfall gehabt ist scheiße gelaufen aber natürlich gott sei dank habe ich wiederum glück gehabt und bin nochmal mit dem blauen auge davon gekommen wenn man es mal so sagen kann hätte nicht sein müssen aber was passiert ist es passiert gott sei dank ich bin gesund ist ein blechschaden ich hoffe die versicherung übernimmt weil es kein kleiner schaden ist und ja so war mein autounfall ich bin im wald gefahren und ja war ein bisschen nicht aufgepasst sage ich mal jetzt dann kam wild ich kann mich an alles erinnern nur nicht was es war ob es jetzt ein wildschwein war oder ein reh war ich weiß nicht mehr genau aber dann kam ein wild vor mich und ausgewischen ich habe mir gedacht irgendwie schaffst du das noch vielleicht ich habe es auch geschafft dort waren auch keine laternen in dieser waldstrecke gewesen dann bin ich habe ich gedacht okay ich habe es gepackt damit ist so ganz locker nach rechts gezogen jetzt nicht irgendwie auf hackmex schon hektisch aber ich bin nach rechts gezogen und dann war da eine ampel aber die war nicht beleuchtet mit irgendeiner laterne die war einfach im dunklen wald die ampel haben in der mitte geleuchtet aber die stange hat man nicht gesehen und ich bin dann frontal in diese stange reingerast obwohl ich gedacht habe ich habe es gepackt bin ich in die stange reingerast und bin dann leider so gegen die stange geknallt und dann den ganzen prozess den kennt ja gott sei dank ist alles gut ich habe es gott sei dank überstanden immer auf die nächste frage wie viele autos hast du und wie viele willst du noch fahren besitzen soll ich dir ganz ehrlich sagen ich hatte mit 23 jahren wir zwei gemeinsam auf der hanauer landstraße direkt neben porsche zentrum hatten wir unseren eigenen autoluxus verleihe und da hatten wir 13 fahrzeuge 14 fahrzeuge schon zwar unser höchststand glaube ich mit 23 jahren auf jeden fall nur stolze zahlen autos und haben italienische fahrzeuge vermietet dann viele dubiöse menschen und deswegen lege ich da nicht so viel wert drauf wie viele autos man hat oder wie viel man besitzt ganz ehrlich also ich kann klar autos sind geil und ich fahre auch autos und ich bin auch ich brauche ich nichts vorzumachen natürlich fahre ich gerne schöne autos aber es ist jetzt nicht so dass ich jetzt irgendwie sage dass ich materialismus über menschen setze oder charakter damit gleich stelle charakter ist das eine und materialismus ist das andere kommen wir zur nächsten frage machst du demnächst eine tour wenn ja wann zu der tour kann ich noch gar nichts sagen aber ich kann nur sagen wenn die tour losgeht ich habe in der corona zeit letztes jahr habe ich ein album gedroppt wir haben immer wieder singles gedroppt auch starke singles geiles singles und dazu kann ich sagen wenn wir die tour spielen dann werde ich auf jeden fall richtig geil richtig geil aufziehen und würde eine tour spielen ich habe auch zuletzt was weiß ich wann wie lange ist das her vor zwei jahren oder drei jahren habe ich meine letzte tour gehabt die war auch gott sei dank immer ausverkauft wir haben auch recht große hallen gespielt damals ne also ich mir auf jeden fall vorgenommen dass wenn ich eine oder bzw ich werde auf jeden fall irgendwann mal eine tour machen das hoffe ich doch wenn ich dann noch lebe wenn ich dann die tour spiele dann werde ich auf jeden fall was auspacken richtig krasse show für euch das soll sich auch lohnen für jeden der den eintritt bezahlt aber so weit bin ich noch nicht meiner planung ich bin jetzt gerade an ganz anderen sachen dran ich mache gerade mein album sitze an meinem album sitze an neuen projekten neue geschäftszweige aber hauptsächlich mein album also ich habe alles den ganzen stress die ganze arbeit und den ganzen stress habe ich abgegeben und konzentriere mich nur noch auf meine musik momentan weil das mein fokus ist und das auch momentan für mich am wichtigsten ist was mein business betrifft und wir zur nächsten frage wie viele brillen hast du kann ich dir nicht sagen wie geht's gut danke dir bruder ich hoffe dir geht's auch gut welche marke ist eine sonnenbrille die ich gerade trage die und jak marie marsch wenn ich es richtig ausgesprochen habe was ist die nächste also wie gesagt ich habe dieses jetzt so eine testrunde hier ich muss jetzt erstmal reinkommen und ich muss jetzt erst mal verstehen was da überhaupt läuft da das ding bewegt sich die ganze zeit und ja wie gesagt ich habe das twitch studio jetzt hier bei uns in im aslak hauptquartier aufgezogen im aslak kartell wo auch alle jungs abhängen alle alle die irgendwo irgendwo mit mir cool sind alle die mich gerne besuchen kommen mir ein espresso trinken das heißt es wird auf jeden fall spannend weil die kommen wirklich ich bekomme sehr oft besuch und sehr vielen guten freunden und auch kontakten und mal sehen was so in der zukunft hier alles passiert auf dem capo tv auf dem meinem twitch kanal so habt ihr noch irgendwelche fragen freunde interessante fragen nicht immer dasselbe hier meine ziele für die nächsten jahre die sind viel zu lang dann würde ich jetzt die ganze zeit nur noch darüber erzählen ihr seid ihr voll auf marken hier unterwegs gefällt euch meine mode oder was muss ich jetzt hier auch noch anfangen mit einem eigenen mode label oder mit einer brillen marke oder was soll ich da machen sagt man fragt ihr nur nach meinen marken die ich anhabe freunde tabaccio tabaccio hey also ich habe tabaccio rausgehauen vor einem monat und die nachfrage steigt extrem da wir diverse vorteile haben ein ganz neues produkt aber ich will jetzt nicht so viel darüber wie gesagt erzählen hier auf twitch jetzt ja nicht gerade um meine marken oder meine businesszweige sondern hier geht es darum sich erst mal so eine kleine runde erst mal so ein bisschen rein zu fühlen wie das ganze hier läuft den gucke ich gerade hier nach interessanten fragen um mit euch ein bisschen zu kommunizieren so ich soll meine tattoos erzählen wo soll ich anfangen wo soll ich aufhören ganzer körper ist zugehackt ein ganzer körper ist zugehackt jedes tattoo hat eine geschichte bei mir muss man auf jeden fall mal glaube ich mal so eine eigene twitch folge dafür machen wo ich einfach meine tattoos erklär so ein bisschen mehr das ist also ich habe das ganze Aus Вас gestrichen und ich habe ja nicht ganzer körperliesslich aber das ist sehr gut so ein bisschen mehr